jawohl wir machen heute Sesam Thies Finger wenn ihr auch so was essen wollt dann guckt euch die Video bis zum Ende folgen nicht vergessen rote Chilli Salz Knoblau Tefasillia rote Chilli Paste Kornflor Mehl Salz rote Chilli Knoblau Koriander Wasser die Mixing das ist Panko Mehl habe ich Sesam reingemacht einmal im Teig Panko Mehl und Sesam frei frei Kornflor Mehl und Ziteln Kornflor Mehl und Kornflor Mehl Superpapart Chass Masala und Sova Sauce Kornflor Mehl